also leute albtraum geht steil dann hacken wir uns den da aber wir haben gar nicht mehr so viel schrot müssen wir mal herstellen x weil den albtraum besiegen wir den drecksack x und so wo ist er kommt er kommt direkt nachdem man hier dass das neuromod gemacht hat erste semmers suche alex bürotresor für den falschen koch oh ja scheiße der ist ja auch noch hier irgendwo aber das mit den neuromod sollten wir jetzt eigentlich erledigt haben theoretisch da sind böses geschützt ok ich möchte nicht den also erstmal wo ist der fucking albtraum und punkt nummer zwei wir haben 101 muni für die schrotflinte naja geht schlimmer eben der drei fabrikation den weg können wir gehen ja oder wir verstecken uns tatsächlich vom albtraum und laufen ein bisschen weg wo soll denn der sein da kommt jetzt gleich so einmal durch die decke und sagt sich hallo ich bin der albtraum aber man muss sich an seinen albtraum eigentlich stellen naja wenn er nicht kommt dann stellen wir uns dem nicht so einfach ist es er den gefahren entdeckt wo oh nein ich bin unser wissenschafts operator naja ok ich meine wenn du wenn der albtraum nicht kommt dann kommt er einfach nicht dann ist es jetzt also der andere korrumpiert was ist denn da oben ist da noch was da könnte was sein hatte das tasten wir mal aus schnell speichern bevor ich hätte irgendeine dummheit macht komisches ding aber man könnte könnte auch von hier oben rein die umgebung hat uns gerade wir getan geil da ist der technopat ok oh gott der kommt auch so hoch pass auf gut jetzt habe ich zwei geworfen auszusehen die bluten scheiße ah gott ein leben ein leben medikits 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 genau das war mineral noch aufheben so wir dürfen nicht rennen weil dann bluten wir einfach noch mehr dann machen wir da die pistole was macht denn effektiver schaden also abtraum ist weg ich habe ein satellitenprojekt zum psychotronik signal übertragung gefunden rpss x5 ja chill ich darf nicht rennen ich muss hier aber weg auf gut deutsch damit schaffen sie sich den neuen teifen vom hals in den letzten protokollen stand jedoch dass der satellit beschädigt wurde sie müssten ein ersatzteil finden warte 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 ich war gerade null zuhören fünf leben und wir bluten haben wir irgendwas um blutungen zu stoppen strahlendosen verstrahlung wir hatten was gegen ok verstrahlung wunde schließen blutungen stoppt alles klar unsere füße bluten ok das ist neu so will hier noch irgendeine mimik uns unangenehm überraschen dem haue ich aufs maul wir uns erstmal operator ja das klingt doch nach dem plan wissenschafts ja das sind jetzt die ah das wäre fürs büro ok computerwagen reiches material reich looten wir mal für die geilen ersatzteile nehmen alles mit das war dann gleich recycelt der albtraum hat er also gar nicht gar nicht verfolgt ah da liegt noch china hallo china da unten ist ein neuromod hier komme ich da unten rein scheiß da liegt ein neuromod scheiß da liegt ein neuromod ha und wir kommen nicht hin das bringt mich auch nur ein bisschen zum weinen gar nicht so viel nur ein bisschen warum ist die musik gruselig warum ist es ganz viel organisch exotisches material amin ich sag dazu nicht nein oh noch mal ein waffen upgrade ja immer gerne der kuhstrahl ist voll upgradet die glue kanone machen wir auch mal so nach einander dich muss man reparieren aber dafür opfer ich sehr gerne meine ersatzteile tatsächlich hey so viel recycler ladung also eigentlich kann man schon ganz gut die umgebung auch recyceln in dem spiel so 12 c hypos yes eine impi ladung aber wir haben wir haben so viele ok komm was was rein damit rein damit vodka jetzt jetzt haben wir halt jetzt haben wir zu viel stuff so die unmodifizierten dinge irgendwas doppelt der disruptor taser ist noch doppelt und that's it recycle nochmal 20 exotische teile leck mich fett ist ja nicht auch ein hersteller recycler replikator meine ohren auch nochmal mit so ein bisschen ok pass mal auf wie viel verdammte dinge haben wir denn eigentlich 189 leute ey wir wir sind bereit für einen fight machen wir nochmal schrotpatronen immer gut die muni auch immer gut und jetzt klatschen wir uns so hart neu rum uns rein bis es nicht mehr geht wo sind sie denn waffen upgrade machen wir das auch noch einmal so für der kuhstrahl ist voll abgegradet die glue kanone braucht noch zwei waffen upgrades machen wir nochmal zwei gegenstand aufnehmen ja kein ding aber nochmal drei kommen so blue kanone voll geupgradet und die schallgedampfte pistole kriegt dann noch ein bisschen präzision ja magazin ist halt echt gammelig so machen wir nochmal kuhstrahlzellen können auch nicht schaden tatsächlich nochmal 200 werden da rausgetroppt so und schlussendlich da neuromod ach es braucht von allem was oh das habe ich vergessen aber es sollte ja reicht trotzdem mega so dann ziehen wir uns alle ok kann jetzt ein bisschen bisschen dauern tatsächlich wie scheiße spannend warum gibt es nicht warum kann man nicht mehr produzieren also so mehr auf einmal das ist so gammelig ach goddammit super dass man sich so oft in die augen stechen darf mit den dingen die augen dabei offen lassen ganz wichtig genass im endeffekt wird es uns wahrscheinlich an dem orangenen material mangeln oder aber dann zerlegen wir halt noch was ist mir egal was ist denn das orangenen das synthetische oder organisch irgendwas synthetisch exotisch ja wir sehen uns im nächsten part